Ich kann es nicht ganz auswählen, aber er hat erkannt, dass sie das größte Blödsinn und gleichzeitig das größte Mysterium im Leben des reisenden Sängers und Liedermachers, das in der Nacht auf der Autobahn nicht umfahren ist. Weil da kommt man in die Stimmung. Ich werde dich auch immer. Was kann ich auch so? 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 Vielen Dank! 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 Vielen Dank!